Wer jemand eine unbeschriebene Festplatte hat, dann kann ich diese Festplatte leichter helfen zu beschreiben. Aber wenn jemand schon eine volle Festplatte hat, muss man die erstmal wieder formatieren und löschen, kann man so sagen, bevor sie neu beschrieben werden kann. Das dauert erheblich länger oft als bei den jungen Leuten. Deswegen arbeite ich sehr viel mit jungen Leuten.